Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Giants & Drubbers oder Riesen & Zwerge. Ja, ein Tower Defense Spiel, was sehr viel Spaß macht. Wir starten ein neues Spiel und beginnen. Click to start. Tower Spot, da können wir Towers bauen. Ja, man muss es mal nicht wissen. Moment. Das ist unser Gold. Hier haben wir die HP, wenn Feinde unsere Verleitung durchbrechen. Und hier ist die Wave an Zahl, wie viele Waves noch kommen. Dieser Fall zeigt uns an, aus welcher Richtung die Feinde kommen. Und hier, wenn die Feinde hier hinkommen, machen sie Scherren auf unsere Burg. Dann legen wir doch gleich mal los. Ich würde sagen, ich hau hier auf jeden Fall erstmal so eine Ritterburg hin. Tower Types, Melee, Low Damage, God Block Enemies, Archer, Medium Damage, Good Rate of Fire, Mage, High Damage, Good Rate of Fire, Cannon, High Aerial Damage, Low Rate of Fire. Wir kriegen halt Bonusgeld, wenn wir früher ein Wave callen, sodass er nicht selber kommen muss. Und das ist unser Hero. Hero ist free to navigate the map. To move your Hero, click the move command buttons and pick a spot on the map. Ja, unser Held ist ein bisschen stärker als alle anderen. Und den können wir frei bewegen. Barbarians. Barbarians are famous for their appetite for war and infamous for their luck of personal hygiene. Hygiene halt. And table manners. Also Barbaren halt, so wie man sie kennt. Und da kommen sie auch schon. Und ich lasse meinen Held gleich mal angreifen. Die Steuerung ist recht simpel. Mit VASD kann ich mich hier über die Map navigieren. Und mir das ganze Gemetzel anschauen. So, hier brauche ich mal noch ein dritter Torb hin. Ja, hier wird es uns auch mal gezeigt. Mit dem Pfeiltasten oder WASD kann man über die Map navigieren. Hygiene, sei gewarnt. Dies ist die zweite Generation der Hygiene. Sie können, äh, sie können, äh, sie flecken ihre Zähne und machen Akrobatik. Hä, die Hiveen kann auch zu feiern. Wie, jeden können wir nicht feiern. Das ist ja Quatsch. So, machen wir an hier. Held sollte eher nach hinten gehen. Da, ähm, ich den hinten brauche. Jetzt kommt die Hiveen ja noch durch. So, ein Archer-Torbe-Rout. Zack. Auf die Mütze. Ja, mach die platt. Mach sie platt. Unity Vulnerabilities. Some enemies are weak against the Christian type of attack. Why some are immu. Strong against, weak against, neutral, immu. Also, auf diese Zeichen müssen wir achten. Die Golems. Das ist die stärksten Spätener, Gegner bis jetzt im Spiel. Bis Level 3 auf jeden Fall auch. Ähm, weiser screate Golems. To, äh, to be their Muscleman. Tall, bulky and not so bright. At least they are not blond, handsome and bullish. Ja, und gegen die dürfen wir jetzt kämpfen. Das wird eine Freude. So, aufwerten kann ich die noch nicht. Okay. So, ich würde sagen, hier haue ich nochmal... ...so ein Turm hin. Und hier ein Archery-Turm. Und mein Held schicke ich auf den Golem. Hier brauche ich nochmal einen Archery-Turm hin. Ja, hau dir das selbst ins Gesicht. Warum schlägst du dich selbst, hä? Warum schlägst du dich selbst? Ja. Warum schlägst du dich selbst? Ja. Warum schlägst du dich selbst? So, hier baue ich noch nochmal so ein Ritter-Türmchen. Unsere AP sind bis jetzt noch voll. Und mein Held ist tot. Der wird aber nach 20 Sekunden etwa wieder reanimiert. Das ist ganz nett. Oh, hier kommen sie nicht durch. Auch wenn sie hochklettern. Das können sie vergessen. Da ist er mein Held auch wieder und kann den Golem gleich plattern. Also es ist auf jeden Fall kein leichtes Tower-Defense-Spiel. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, weil es einfach gut animiert ist. Und ich falle den guter Start. Los, Hero! Do something! Something intelligent! If you can. So, hier würde ich gerne noch einen Archer-Türmer machen am meisten Schaden. Das ist sehr gut. Und jetzt kommt die Final Wave. Und der Golem ist auch eigentlich platt. So, und Bäm! That's it! Das war's mit dem Golem. Und hier kommt die Final Wave. Gehen natürlich alle oben lang. Das heißt, wenn ich oben nichts hingepackt hätte, dann hätte ich ein gewaltiges Problem. So, und von dem Golem bekommt man natürlich viel mehr Punkte als von anderen Einheiten. Allerdings, ähm, kann ich jetzt Schwellen stellen. Und Victory! Ja! Your Star-Rating depends on your Castle's HP. Wenn unser Castle 8-20 HP hat, kriegen wir 3 Sterne, 10-17 HP, 2 Sterne und 1-9 HP, 1 Stern. Umso mehr Sterne, umso mehr Honor-Punkte kriegen wir und wofür die gut sind, das zeige ich euch jetzt. Upgrades! After winning a level, you are awarded with Honor-Points. You can use this by upgrades for your Hero and the Towers. Also, wir können halt Upgrades kaufen. Für den Hero und für den Turm. Upgrades! Stun! Hero has ability to stun enemies. You can unlock with Honor-Points. Und das werde ich auch gleich mal abgraben. Zack! Gut, der Stun. So, ich würde sagen, die Archer push ich mal ein bisschen. Hm, ein Grin-Archer-Toros bei 10. Ja, mach ich auch mal ein bisschen. Crease-Archers-Attack-Range 20. Auch sehr geil. Aber ich push erstmal die AP von meinen Swap-Men. Die sind ja schließlich fürs Blocken zuständig. So, nächstes Level. Let's go! Das wird schon etwas schwieriger hier. Ich würde sagen, ich packe mal... Ähm... Hier ein... Sword-Man-Tower hin. Ja, ich weiß, dass ich andere Towers anlockt habe. Und hier ein Archer-Tower. So! Mehr kann ich im Moment erstmal nicht machen. Für mehr habe ich im Moment nicht genug Geld. Ja, und ihr seht schon, die hauen die Gegner hier weg, als wären sie Butter. So, hier kommt erst später noch ein Turm hin. Ja, komm. Windspell! Ähm, kann be used to delay and disrupt enemies' movement. Maximize the use of the Windspell because it has a quick cooldown. Click to drag to create the wind. Also, wenn wir das jetzt anklicken und dann... Whiii! Dann fliegen die Gegner hoch. Und bekommen dabei auch noch Schaden. Was natürlich sehr gut ist. Komm, nächste Wave. Keine Zeit hier. Mach mal hin. So. Jetzt können wir den Kanonenturm bauen. Der heftigste von allen. Und der macht wirklich unglaublichen Schaden. Anniways will be hurt if they fall from higher targets. Das heißt, wenn sie von höheren Plätzen fallen, ich bin von hier, äh, werden sie krass verletzt. Kann ich hier noch irgendwas bauen? Nope. Ja, komm halt. Barbarian King. Weak health, weak strength, medium movement speed. Barbarian King is produced of a demoretic process. Anyone could nominate himself for the throne and his supporters won't vote for him. Others could nominate themselves and they will fight to the death. Zack. Barbarian King ist nur ein bisschen stärker. So. To. Hä? Hui. Zack. Da legt sich's hin. So. Ich würde sagen, hier kann ich gleich mal zu eintragen, pasteln. Weil die kommen da unten ja auch. So. Da kommen sie wieder alle. Da stelle ich wieder alle mit meinem Winzbell platt. Hallo. Warum ist Gott, ist denn immer noch unten? Oh. Hui. So. Hier bastle ich ein Archer-Tor hin. So. Pam. So. Und hier hinten auf jeden Fall nochmal so ein. Und da kommt auch schon ein Riese. Ich sag's mal jetzt ein Golem. Und hui. Batsch. Na du Golem. Ich hätt's mal diesen auch, äh, mein, äh. Verlegen auf dich. Hier bastle ich noch ein Archer-Tower. Kann man den auch stun? Stun ihn! Bin ich. Ja, bei den Riesen hab ich mir fast, das fast gedacht, weil die sind ja so ne Art, ähm, Boss-Gegner. Dass man die nicht stunn kann, überrascht mich nicht wirklich. schießt den Barbarienkinder ab. Schieß ihn doch ab! Danke. Ja, mein Wirt ist wieder frei. Und mein Held ist tot. Bleib ich ein bisschen ungünstig, ne? Ja, komm, weg hier mit euch. Ich brauch einen neuen Turm. Pam! Auf der Mütze! So, hier kommt gleich ein Archer-Tower hin. Nochmal. Ja, dieses Level ist schon relativ schwer. So, hier. Geh mal rauf hier. So, noch ein Archer-Tower. Und hier hinten kommt auch ein Archer-Tower hin, wenn man denn genug Geld hätte. Ich glaub, auf Magi verzichte ich mal. Weiß auch nicht wieso, aber ich bin kein Magi-Freund in dem Spiel. Goblin Warrior. Recails mit Attack-Damage Medium-Movement-Speed. The club-wielding are chested. Chape of... Chape can only drink through a straw because of the big nose. Äh, ja. Keine Ahnung. You no understand? Ich nicht. So, hier kommt auf jeden Fall noch ein Archer-Tower hin. So, sehr schön. Und das war's mit dem Wesen. Jetzt kann ich den Turm hier aufleveln. Ja, wir können jetzt die Türme aufleveln. Ist das nicht geil? Und den Kanonenturm könnte ich auch aufleveln. Könnte ich aber nicht. Den Archer-Tower könnte ich aber auf jeden Fall aufleveln. Und diesen Turm kann ich auch aufleveln. Guckt mal, ihr Goblins. da kommt ein Wind. Ja, kommt ein Wind. Oh, da kommt ja noch einer. Ein Gigant. Kann ich den hier aufhören? Nee. Boah, ich noch ein bisschen mehr. Äh, hallo. Stopp, 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 stopp. Und zuck. Jetzt kann ich den aufhören. Sehr schön. So, aber die werden auch relativ fix platt gemacht. Und da ist auch schon der Gigant. Was man gar nicht mal so schön findet. hopp, hopp, hopp. Und hooooh. Verdammt. Verdammt. Ja, aber die kriegen wirklich minimalen Schaden dadurch nur. Ja, hau die doch selbst ins Gesicht. Mein Gott. Ich kann nicht gesund sein. Oh, das ist ja nicht so. So, 117. Ich komme nicht zu wenig. Solid. Und man muss mich ein bisschen mehr führen. Oh, hoch! Mit dem Barbarian Kings. Oh, 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 oh. Das wird ja immer übler hier. Aber ich mach mir da keine Sorgen Meine Archers hauen nie auch weg Ja Mach ich mir überhaupt keine Sorgen 290 Ich kann den Zub aufbessern Und pam Zwei Kanonentürme zu preis von einem Oh mein Gott Und zwei Riesen zu preis von einem Pam Und den hier kann ich auch gleich aufbessern Und den hier kann ich auch aufbessern Und den hier kann ich auch aufbessern Ich fasse alle Level 2 Hero, go to the Golem and kill him Und hier dann in die Luft Weeeee Ja später kriegen wir noch stärkere Spells Bessere als diesen Kleinen Windhauch Die hauen dann ein bisschen mehr rein Das funktioniert aber auf jeden Fall Ganz gut bisher Also noch keinen einzigen Punkt abgezogen bekommen Jetzt müssen alle Türme auf Level 2 sein Soweit ich das sehe Ja Schaut gut auf Kann ich die auf Level 3 pushen? Ne Ja ne Für die Hähnen verschwende ich den jetzt nicht Für den Barbarian King Hu 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 Oh zack Da geh ich's aufs Maul So greif mal an hier Und dann Sollts angreifen Kollege Mein Gott Ja viel mehr kann ich jetzt auch nicht machen Aber die Gegner werden hier auch niedergesmashed Und ich bekomme volle Sternpower Victory Continue Upgrade Upgrade Und mal gucken Archer Increase Cension Ne ich mach erst mal Cannon Speed Increase Cannons Attack Damage Ja Das ist auf jeden Fall Weil eine Kanunde ist ziemlich teuer Also range Ne Ok was könnte ich jetzt nochmal um Mage Neja ich bin kein Mage Fan Aber Kosten senken könnte man mal Aber ich lass es mal lieber Ich investiere mal lieber in Den Hero Auch wenn ich den nicht gerne und nicht oft benutze Ruins of App Heißt die nächste Map Und die wird wirklich kacke schwer Zeig ich euch so wie es ist So dann was ich hier mal Ne ich glaub das ist falsch Ich glaube es ist prinzipiell falsch Was ich da versucht habe Beim letzten Mal als ich das gespielt habe Selbstverständlich Ich hab mich nämlich von vorne nach hinten gearbeitet Und das kann ja nur Quatsch sein Towers Unlocked Level 3 Towers Unlocked Die Zahl kann man die Dreimal hochstapeln So start the wave So ich hoffe ich kriege schnell genug Geld zusammen Um Ähm Da komm Ähm Um ein Archer Tower zu bauen Was jetzt schon der Fall ist So und Wui Quatsch So Geht drauf auf die Scheißviecher hier Zack So Windspell Activated Du kommst nicht vorbei Na komm Noch einen mehr Hallo Danke Hallo was soll das denn Ich tu nochmal nicht durch Fisch halt Hallo Nicht da durchgehen Ich hab schon gesagt So hier brauch ich nochmal Hier brauch ich lieber nochmal einen Archer Tower ein Äh klingt schon so als würde mal Barren King kommen Und der kommt auch Oh 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 Neue Ulti Metro is dealing significant damage But they have the slower cooldown To use It's careful Okay Careful use Bam Und fallt Ihr Schweine So So In den Archer Tower einbasteln Oft einfach durchzulaufen Was soll denn das Org Org Medium Power Weak And Movement Speed Medium Lacking in their brain Departments Orgs Communicate With Grounds And Grohls Conversations Often end In a Deadly Brawl To the Misunderstanding A Hero For a duel Which is a very offensive word Ja Glaube ich gerne So hier erstmal Ein Links da rein So ich kann nicht geguckt gegen was die schwach und gegen was die stark sind Nein egal Nicht zu wichtig Und da kommt auch schon der erste Riese Was natürlich nie lange auf sich warten So hier baue ich mein Archer Tower hin Um die abzuwehren So dann könnte ich eigentlich auch gleich schon bald meinen ersten Kanonentower Bauen Den brauche ich auf jeden Fall Recht bald Denn da kommt Kollege Riesenschuh So und ich würde sagen Den ersten Kanonentower baue ich hier Zack Meteoros will hear Giants Only if it's the weak point Das heißt nicht da Sondern hier Und weak point Bam 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 Hä? Warum nicht? Zurück mit euch Ganz verstehe ich das nicht Ob sie doch eigentlich den weak point getroffen haben Oder nicht Oh Varian King Du dringst hier nicht durch Noch einen schönen Kanonenturm gebaut Den kann man immer mal brauchen So und jetzt wird es langsam Zeit für Upgrades Na komm Er steht schon abgerin? Ich muss mal ein bisschen Oh 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 Hero Destroy him I can't do it Ähm Mond hooo Kommt runter So und dann muss ich auf jeden Fall jetzt upgraden Ich würde sagen erstmal alle Level 2 upgraden So So weak point Vielleicht den Kopf Ne auch nicht Wo ist denn der weak point bei dem? Woher soll ich das denn wissen? Wo der sein weak point hat Dann ich ja doof So der ist platt Kann ich auch meinen Kanon Tower Ein bisschen aufbauen Ausbauen Oh Das ausbauen Schön Und da kommt der nächste Golem Da auch keine Chance haben wird Wo wäre es noch Wenn man die Umgebung so verändern könnte Dass man die Bucke einstürzen lassen kann Oder irgendwie sowas Batsch Kann ich die schon upgraden? Nope Ich würde sagen Hier pange ich mal so einen Turm hin Und Braille den gleich mal ab Was nicht funktioniert natürlich Wo müssen sie erst mal einen zerschmettern Jetzt Tänkst du mir aus So Was macht man Hero eigentlich? Der soll mal den Bruder mir angreifen Ich meine Hallo Hero So bist du da Da steht ein Upgrade Nein, das ist nicht Doch jetzt Archer Tower 2.0 So Weak Point Gleich die Beine Habe ich jetzt nicht drauf geachtet Und Farben Dann kriegst du überall Kanone in die Fresse Müsste auch eigentlich reichen Aber mein Held ist schon wieder tot Mensch So schwache Helden gab es damals Aber das Spiel macht echt Fun Also man kommt an knifflige Situationen Aber es macht trotzdem einen Heiden Spaß Wenn man so eine Riesenlage fällt hat Oh, da gibt es schon eine nächste So, hier Archer Tower upgraden Und ich würd sagen Den Archer Tower Wälde ich auch mal ab Und den ja auch mal Ghosts Ah, Mist Ich kann nur Magier Ich hab keinen Magier Tower mehr Cursed Souls They're scarce people In Cement Was? Cementaries When they're not Attacking Castles Und Villages Ghosts Can only kill it With magic And have a chance To kill enemy Instantly Instantly Ah, Mist Da ist er mir gerade noch gefehlt Geister kann ich ja nun mal gar nichts machen Ja Das ist ein bisschen doof Brauche ich ihn auch Und Magier Tower Pam So Magier Tower Aufrüsten Ja Danke Danke Ihr scheiß Geister Du kommst hier nicht vorbei Ach Was ich brauche dafür Ja Ich kann die Geister nicht verletzen Kann der Held Die Geister verletzen Ja Held kann Glaube ich Pam Magier Tower Upgrade Mist Wenn die scheiß Geister nicht wären Na ja Aber die müssen ja Ein Spiel Ähm Manchmal Ein Spiel Implementieren Damit die Geister auch Sinn haben So Jetzt hab ich fast alles Voll upgraded Und da kommt der nächste Golem schon wieder Den Machen wir auch nieder Und flieeg Barbarians Light to the moon Komm 120 Brauche ich Dankeschön So Ich würde sagen Als nächstes Scrain Ich mal den Kann rundherum Hier ab Dachte ich Eigentlich hätte es schon Aber Anscheinend Dann doch nicht Wo ist Dein Verfickter Schwachpunkt Auf den Kopf Auch nicht Mann Ey Könnte der sein Fliegt weg Ihr scheiß Wichser Oh Das ist wirklich Scheiße viel Was hier gerade Auf mich zukommt Diesen Morgi Nie Diesen Morgi Ganz und gar nie Komm abgraben Dankeschön Und zurück nach euch Und den Ein zweites Mal abgraben Du Kommst nicht Vorbei Treened Hals Strong Attack Speed Powerful Damage Slow Movement Slow Trend Loaded Human For They Having Long Cut Down His Kind And Make Them Into Fire Wood Chairs And Toothpick Also die Typen Mögen Keine Menschen Und die sind genauso Groß Wie die Scheiß Polems Und stark Gegen Schwertmänner Kann ich mir ein Kanonentor ein bisschen ausbauen hier Nein geht noch nicht Scheiße Komm schon Jetzt Und Bam Zurück Hero Geh auf diesen Komischen Riesen Arsch Hat er mich gerade angepisst? Ne Der schickt irgendwie Keine Kleine Sept Halt Oh mein Gott Maokai ist auch hier Bloß in groß Der Opa von Maokai Maokai Grandfather On fire Bam 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 You Will not Vorbeikommen Kann ich die upgrade Bitte Danke Jetzt Bam Jetzt habe ich mega Über Mega Arters Komm schon Du kommst nicht vorbei Alter Was macht mein Hero denn? Steht er schon wieder nutzlos irgendwo rum? Oder wo ist der? Ah der klettert da Okay Hörst du auf? Du Schwein Pam 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 Ist ja jetzt nicht das Problem Auch die Geister Hörst du auf? Kommt schon weg Oh komm Fall endlich um Kann ich dich irgendwie wegblasen? Ja Wegpusten Ähm Der ist ja noch Level 1 hier Oh Und dann hat er 2 draus Hau die weg! Der Maokai muss fallen Der Maokai muss fallen Der Maokai muss fallen Komm schon Das kann es doch nicht sein Achos Ihr schafft es Wenn nicht ihr Wer sonst? Komm schon Auf den letzten Metern Ich greife nochmal an Kommt 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 Der fucking goodness Der hat mir jetzt 10 abgezogen Ich glaub's ja wohl Nein Total final wave Das war nicht so von Erfolg gekrönt Wie ich das gerne hätte So fliegt zum Sieg Nein vergisst es Du bist auf jeden Fall nicht zum Sieg fliegen Boah Keine Wave Riesen Schlachtpartie oder was? Du Kommst nicht Vorbei Oh mein Gott Die können ja doch vorbei Halt Stopp So nicht Victory Mit Einem Sterb Mist Verdammte Aber ich kann mir ein Schwarzzip Upgrades kaufen Und ich würde sagen Ich kaufe mir Äh Archer Attack Damage Ähm Ne ich kaufe mir erst mal das hier Und Dann Den Wiederschönen Okay So Das war mein Let's show Flash Game Wenn ihr ein Let's play This Flash Game Sehen möchtet Dann schreibt es mir in die Kommentare Ähm Ich würde mich eigentlich Stoher freuen Weil es mir sehr viel Spaß macht Das Spiel Link wie immer in der Videobeschreibung Und Wir sehen uns Das nächste Mal Ciao Leute Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal